Hi, ich bin Sissitra und heute ist mein erstes Video. Ich werde wahrscheinlich noch weitere Videos drehen mit meinem Kumpel Top 10900 als Kameramann. Und was ich noch kurz korrigieren möchte, ich habe im YouTube-Channel angegeben, dass ich 21 bin. Nicht, dass es euch verwirrt, ich bin in Wirklichkeit 11. Und ja, viel Spaß mit eurem Video. Sehe ich aus wie eine Bratwurst oder warum gibst du immer deinen Senf dazu? Hey, du bist so fett. Wenn du dich auf den Bauch legst, hast du Höhenangst. Hey, kann es sein, dass dich der Arzt bei deiner Geburt dreimal hochgeworfen hat, aber nur zweimal aufgefangen hat? Du bist so unnötig wie ein Sandkasten in der Sahara. Du Noob! Ey, es gibt fast sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Warum muss ich gerade dir begegnen? Hm? Keine Ahnung. Hey, wenn du wissen willst, wie man beschissene Kinder macht, dann frag einfach deine Eltern, okay? Ey, ich muss ja schon sagen, dass du ein mieses Arschloch bist. Aber ehrlich gesagt, nicht jeder denkt so positiv. Okay? Ey, Alkohol löst keine Probleme, aber das tut die Milch auch nicht. Hey, wusstest du schon, dass Mütter ihre Kinder mehr lieben als die Väter? Denn die Mütter wissen auch ganz sicher, dass es ihre Kinder sind. Hey, sind deine Eltern Wissenschaftler, du siehst aus wie ein Experiment. Hey, wenn du so weitermachst, ist deine Zahn, wirst du bald arbeitslos. Das stimmt. Ey, mein Lehrer ist echt eine Wolke. Wenn er sich verzieht, wird das Hacken schön. Wir sind gerade an der Schule vorbeigelaufen und da ist mir eingefallen, mein Lehrer ist so dumm. Wenn ich ihn frage, schwiegt es, sind sie beim Kocken? Dann sagt er auch noch, ja, der gibt auch noch zu, dass er beim Kocken schweckt. Das war mein erstes Video. Wenn es euch gefallen hat, tute Hutgas, teilen, Daumen hoch und die ganze andere Scheiße. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann kommentiert, was euch nicht gefallen hat. Und sonst, tschüss, bis zum nächsten Video.